Hallo, willkommen zu unserem neuen Format Gespräche aus dem Horst. Ich bin Alex. Ich bin der Klaus. Wir präsentieren euch einiges an Tipps, an Tricks und Tests zu unseren Produkten und ein bisschen mit Augenzwinkern, aber wir steigen heute mit etwas ganz anderem ein, nämlich... Genau, also wir sind heute am Steinadel Event 02 in Wiener Neudorf, in unserem Zentrallager und werden euch nochmal kurz zeigen, was alles draußen am Herstellern herumsteht. Wir werden blöde Fragen stellen, die die Leute ein bisschen quälen und euch einen Überblick geben über diese ganze Geschichte. Ihr schaut uns über die Schulter und wie gesagt, wir gehen mal raus. So, weiter geht's draußen. Wir zeigen euch mal kurz einen Überblick über unsere Hersteller bzw. Partner, die wir alle auf der Show haben. Auf der Seite mal bei der Rauchpause. Das Median Tiger aus Deutschland. Einsatzrucksäcke in allen möglichen Größen und Formen. Sehr cooles Zeug dabei. Dann haben wir weiter nach links, die Jungs von Black Trident mit Holstern, mit allen möglichen Nylon-Gear. Noch einen kurzen Überblick machen. Und jetzt weiter in die Nylon-Abteilung und zur Wii Outdoor, die Präsenzern mit den ganzen Rucksäcken und Taschen, die sie haben. Auch sehr hochwertig. Alles in Österreich gefertigt, in Österreich genäht. Super robust. Und dann geht's nach links noch weiter zur Kethodei-Group mit allen möglichen Wasserfiltern, mit Gaskoffern. Was schaust du da an den genauen? Ein Polster mit der SLS-Sicherung für A-Clock 17 mit einem X300-Lichtmodul. Du bist vom Fachwäsch her, ne? Mehr oder weniger. In der Hand eines Kundigen. Jo, als kleiner Überblick. Und wie gesagt, wir schauen noch kurz rein, wo die Action abgeht und wo sich die Leute um Schnäppchen prügeln. Genau. Na dann? Unsere riesengroße Flohmarkt-Abteilung, wo es viel Platz zum Erumwühlen gibt. So, wir sind da jetzt mal. Da, wo die Gewalt passiert. Na, dann nehmen wir gleich mal dich. Was lässt du da schönes machen gerade? Da läuft gerade ein Steinmeidler drauf. Echt? Ja. Ah, das ist cool. Er macht das zärtlich, das muss ich sagen. So, unser Event neigt sich dem Ende zu. Hat Spaß gemacht. War, glaube ich, sehr erfolgreich. Und auch den tolle Hersteller, tolle Sachen, Produkte raus wie sonst nichts. Flohmarkt war riesiger Erfolg. Und während da drüben noch die letzten ihre Burger im Sonnenuntergang genießen. Die Band fängt auch gleich an. Dann drehen wir den Hahn zu, bevor es laut wird und sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns ab sofort im Zwei-Wochen-Rhythmus mit Gesprächen aus dem Horst. Ja. Und ja, bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.